Auch in der Mobilität wird es ernst mit dem Klimaschutz. So gut wie alle großen Automobilkonzerne setzen auf strombetriebene Fahrzeuge und zwar nicht nur im Bereich Pkw, sondern auch bei den Nutzfahrzeugen. Bei der Fachmesse IMFS auf dem Salzburgring waren 30 internationale Aussteller mit innovativen Konzepten vertreten. Zuerst die schlechte Nachricht für alle Benzin-Junkies und Klimaleugner. Wir haben im Mobilitätsbereich nach wie vor leider das absolute Sorgenkind in der Klimabilanz. Die Emissionen sind explodiert, sie müssten sinken, sie machen uns leider auch Erfolge in anderen Bereichen zunichte. Das Schöne ist aber, das heißt umgedreht, dort liegen auch die riesigen Chancen im Klimaschutz. Und das zweite Schöne ist, wir kennen die Lösungen. Die Lösung scheint eindeutig, alle setzen zurzeit auf Elektromobilität. Auch die Salzburger Nachrichten, die diese Plattform für ressourcenschonende Mobilität initiiert haben. Die Zeitung hat sich mit ihrer Fachmesse IMFS in den heiligen Gral von Benzin und Schmieröl gewagt. Und zwar den Salzburgring. Und wo kann man besser fahren als auf einer abgesperrten Rennstrecke auf dem Salzburgring? Und wenn ich das Wort Salzburgring sage, danke ich dem Salzburgring für die großartige Idee. Und wir gehen hier nicht mehr weg, wir bleiben hier. Wir werden hier das zu einem Zentrum der Elektromobilität in ganz Österreich machen. Das ist unser Ziel. Aber was genau will diese Fachmesse? Wer soll hier mit wem zusammentreffen? International renommierte Firmen präsentieren ihre Neuigkeiten und sie beraten Fuhrparkmanager, Verkehrspolitiker und Gemeindevertreter über die Kosten, Förderungen und Vorteile bei der Umstellung auf Elektromobilität. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich überwältigt, was diese Show alles zu bieten hat. Man kriegt jetzt einmal einen Eindruck, wie weit die Elektromobilität schon fortgeschritten ist und wie weit alternative Antriebe schon fortgeschritten sind. Sowohl im individuellen Bereich, was die Privatnutzung betrifft, als auch natürlich im öffentlichen Verkehr. Also das muss ich sagen, das hat mich schwer beeindruckt. Und ich bin schon gespannt jetzt auf meinen Rundgang, was mir da sonst noch alles so begegnen wird. Ich glaube, es muss sich jeder mal anschauen, wie überhaupt sein Fahrverhalten ist. Ob er wirklich nicht lange Stehzeiten hat, ob das Laden zwischendurch gar kein Problem darstellt in Wahrheit. Und es gibt heute schon Reichweiten jetzt, die von 700 Kilometern werden in Aussicht gestellt. Also da kommt man schon nach Wien und Retour ohne Laden. Bei Fahrrädern und Privatautos scheint der Siegeszug des Elektromotors kaum zu bremsen. Aber wie sieht es bei den Nutzfahrzeugen aus? Busse und Müllabfuhr, okay. Aber jetzt sogar die Feuerwehr? Wenn man sich einmal das Einsatzgebiet einer Feuerwehr anschaut, dann wird man sehen, dass die Reichweiten für eine Feuerwehr überhaupt kein Thema ist. Und das ist eigentlich prädestiniert für ein Elektrofahrzeug. Wenn man eine Beschleunigungsfahrt von diesem Elektrofahrzeug gegenüber einem vergleichbaren dieselbetriebenen LKW sich anschaut, wird man sehen, dieses Elektrofahrzeug gewinnt jede Beschleunigung im Vergleich zu einem Diesel-LKW. Von daher, wir sind schneller am Einsatz als mit diesem Fahrzeug. Technisch dürfte die E-Mobilität zum Teil schon recht gut funktionieren, auch wenn es vielerorts noch an der Ladeinfrastruktur mangelt. Aber auch dafür ist die Fachmesse der Salzburger Nachrichten die ideale Plattform für Beratung und Information. Also für mich ist absolut wichtig, welche Entwicklung es gibt im E-Mobilitätssektor und wie wir jetzt Schritt für Schritt auch unseren Fuhrpark in der Stadt umstellen. Das ist das nächste große Programm, dass wir wegkommen von den Dieselfahrzeugen hin zu wirklich klimaneutralen Fahrzeugen. Und jetzt geht es daran, wirklich Nägel mit Köpfen zu machen, um Schritt für Schritt aus den Dieselfahrzeugen, aus den großen Dieselnutzfahrzeugen aussteigen zu können. Nägel mit Köpfen, das ist wohl genau das, was nicht nur die Elektromobilität, sondern der gesamte Klimaschutz dringend braucht.